Der Bertelsmann-Konzern gehört der Familie Mohn. Dieser Familien-Clan hat diese Republik von Anfang an entscheidend mitgeprägt. Zunächst eher unternehmerisch, seit geraumer Zeit wie gehört auch politisch. Das hört sich schon ziemlich großartig an, aber es geht noch eine Nummer größer. Die wirklich wichtigen Dinge der Welt werden von den wirklich wichtigen Menschen dieser Welt, zumeist Männern, in exklusiven Zirkeln besprochen. Rainer Weber kennt sich da aus. Wie eigentlich funktioniert die Politik? Das wissen wir nicht, geben wir gerne zu, nicht so ganz genau jedenfalls, aber eines wissen wir. Die große Politik funktioniert nicht so, wie der kleine Moritz sich das vorstellt. Also, die Großkopferten treffen sich in Davos und wenn gerade mal nicht Davos ist, dann halt auf dem Golfplatz und zwischen zwei Löchern wird was ausgekummelt. Das verkündet dann ein Kanzler, basta. Es ist aber alles ganz anders und wie immer hat klein Moritz keine Ahnung. Politik findet nicht auf dem Golfplatz statt, sondern zum Beispiel auf den Bilderberg-Konferenzen. Jeder von gehört? Sollen sie auch nicht. Diese Treffen sind rein privater Natur, sagte der Erfinder 1954, Prinz Bernhard der Niederlande, als er ein paar gute Freunde ganz privat auf sein Schloss Bilderberg einlud, daher der Name des Treffens. Die englischen und belgischen Königshäuser waren dabei, die Rothschilds und die Rockefellers sowie NATO-Militärs. Aus Deutschland kam von Anfang an der Bankier Hermann-Josef Abs, so hieß das damals noch, Bankier und Otto Wolf von Amerongen, der Industriesprecher. Seit 2004 ist immer auch Josef Ackermann dabei, kein Bankier, aber immerhin noch Banker, und sogar Josef Fischer kam, sowie Angela Merkel, die Herren Otto Schilly und Günther Verheugen und Wolfgang Schäuble. Alles ganz privat. Meist gab es Spargel. Ansonsten sollte überlegt werden, wie Europa und Amerika enger aneinander gebunden werden könnten. Weshalb dort selbst der Privatmann Bill Clinton für das nordamerikanische Freihandelsabkommen warb. Was ein Jahr später in Kraft trat, da war er aber nicht mehr privat, sondern Präsident. Überhaupt scheint Spargel etwas überaus Verbindendes zu haben. 2008 hatte Angela Merkel im Kanzleramt ein Spargelessen gegeben, Bankier Ackermann hatte rundum Geburtstag. Zu Tisch saßen Showgrößen, aber auch Frank Schirrmacher von der FAZ und Friede Springer von Springer. Was den kleinen Moritz in seiner Renitenz natürlich zur Rolle der Journalisten bringt, Vierte Macht und so. Da ist was dran. Eng verflochten mit den Bilderbergern sind verantwortliche Redakteure der Zeit und ihr Herausgeber Josef Joffe. Und als, 2005, einmal die Konferenz im bayerischen Rottach-Egern stattfand, es kamen Hubert Burda, Springer-Vorstand Matthias Döpfner sowie Vertreter der Financial Times, da war das dem journalistischen Platzhirsch der Region, der Süddeutschen Zeitung, gerade mal eine ganze Zeile Berichterstattung wert. Etwa 130 Personen nahmen an der Veranstaltung teil, hier die Gästeliste zum Beispiel von 2007. Richard Holbrook, Diplomat und Investmentbanker, Henry Kissinger und Bernard Kuschner, ehemaliger Außenminister, Daimler-Ex-Jürgen Schremp, Postchef Zumwinkel und die Bosse von Coca-Cola, Siemens, Shell und Goldman Sachs. Events der Sonderklasse, alles ganz privat beim Spargelessen, was ja auch Gabriele Henkel mit dem Finger macht. Alles klar, Moritz? Bis zum nächsten Mal. Ach, Gecifest. Vielen Dank.